Erstmals in der Raumfahrtgeschichte soll am Donnerstag eine russische Sojus-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana starten. An Bord die beiden ersten Satelliten des europäischen Weltraum-Navigationssystems Galileo, Europas Pendant zum OS-System GPS. Im Laufe des Jahrzehnts sollen dann weitere Galileo-Satelliten ins All gebracht werden. Insgesamt sind 30 Satelliten geplant, die die Erde auf drei verschiedenen Umlaufbahnen in mehr als 23.000 Kilometern Höhe umkreisen und Signale zur Erde senden. Am Boden wird berechnet, wie lange die Daten aus dem Weltraum gebraucht haben, um so die genaue Position zu bestimmen. Galileo wurde auf Initiative der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation entwickelt. Der Kommission zufolge wird Galileo eine neue Generation von Universaldiensten für Bereiche wie Verkehr, Telekommunikation, Landwirtschaft und Fischerei anbieten. Denn Galileo soll zum einen präziser als GPS sein, aber auch mit ihm kombiniert werden können, wodurch die geballte Kraft beider Systeme genutzt wird. Die Branche werde sich darauf einstellen und die Navigationsgeräte der Zukunft so konstruieren, dass sie beide Signale auffangen, so die Überzeugung der Kommissionsexperten. Fünf verschiedene Dienste sind vorgesehen, die ab 2014 stufenweise den Betrieb aufnehmen. Der wichtigste für den Normalbürger ist der sogenannte offene Dienst, der von jedem gratis empfangen werden kann, etwa im Auto. Noch genauere Daten sollen Unternehmen und Vermesser bekommen, allerdings nur gegen Bezahlung. Laut EU-Kommission seien seit dem Jahr 2000 fast 5 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Galileo geflossen. Einem kürzlich geäußerten Vorschlag eines Kommissionsexperten zufolge könnte das System von 2014 für den Zeitraum bis 2020 rund eine Milliarde Euro pro Jahr kosten. 10. 11. 12. 15.